So, jetzt sind wir genau in der Mitte der Brücke. Über mir die menschigen Drahtseile, die die Brücke auf Spannung halten. Und da kommt wieder so ein fetter Dampfer. Irgendwas mit Oakland. APL Oakland. Fantastisch! So, ein kurzer Blick. Blick Richtung Süden. Wir sind in der Mitte der Brücke. Und Blick Richtung Norden. Heute ist es auch gar nicht so kalt wie gestern. Aber gestern war hier alles in Nebel eingehüllt. Man konnte die Turmspitzen zum Beispiel gar nicht sehen. Aber heute brillantes Wetter. Und der Nebel in der Bucht, der war einfach unglaublich. Drüben auf der Tiburon Seite, wo ich in die Fähre eingestiegen bin, da war es sonnig. Keine 10 Minuten Tuckern Richtung Bay, ist plötzlich Nebel aufgekommen. Und von der Mitte der Bucht, ja, bis zu Alcatraz würde ich sagen, war alles dichter Nebel. Man konnte gar nichts sehen. Und die Stadt war wieder klare Sicht. Und die Stadt in dieоты. Und dann kamen. Und dann kamen.